Mundharmonika für absolute Anfänger. Chris Kramer, hallo! Und heute ein Klassiker Down in the Valley. Schaut euch die Tabellatur an, ich spiele die Melodie. Ich sag euch vorab schon mal, dass die erste und die dritte Zeile identisch sind. Achtet darauf, verinnert Licht das? Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Melodien Musik oft von Wiederholung lebt. Also wenn ihr die erste Zeile könnt, könnt ihr die dritte auch. Bei der zweiten und der vierten Zeile ist es fast identisch, nur der letzte Ton ist anders. Einmal geht es hoch und einmal, wie so oft, endet dann die Melodie auf dem Grundton, auf der vier Ausarten. Und vielleicht mit dem Wissen vorab, könnt ihr die Ziffern, die Tabellatur etwas anders, etwas wissender sehen, wenn ich das jetzt für euch vorspiele. Musik Down in the Valley, ein altes Traditional und jetzt viel Spaß mit der Gitarrenversion. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Euer Chris Kramer, euer Chris Kramer, Glück auf!